Herzlich Willkommen zu meinem neuen Kanal Daily from a Father. Mein Name ist Marcel, ich bin 36 Jahre alt, habe zwei Kinder. Die Kleine ist zehn Monate alt, der Große ist zweieinhalb Jahre alt. Und der Grund, warum ich diesen Blog aufmache, ist, dass ich gerne werdenden Vätern Hilfestellung geben möchte, Erfahrungen geben möchte, die ich bis jetzt noch nicht so im Internet gesehen habe. Und freue mich deswegen, meiner Kreativität hier ein bisschen freien Lauf zu lassen und hoffentlich vielen Menschen damit zu helfen, um auf das Vatersein vorbereitet zu sein oder mehr vorbereitet zu sein als normal. Ich freue mich sehr auf euch. Lasst mir gerne einen Kommentar da, lasst mir gerne ein Abonnement da. Ich würde mich über alles freuen und hoffe sehr, dass ihr ebenfalls aus diesem Kanal zukünftig etwas mit rausnehmt. Dankeschön und ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Tschüss!